FIFA FIFA EA Sports in the game Also wir sind nicht in Überzahl, auch wenn wir zuviel gespielt Aber wir haben ja dich Ah, Küche, Küche, Küche Küche, Schalala Das ist deine Lieblingskarte, gell? Um was geht's? Eine Fahne, oder? Nein, das rote Zeug erwischen Aha Kennst du schon Absprungzone? Fahne wollte ich jetzt nicht, weil Fahne ist so scheiße Da müssen wir die Fahne erobern und dann Wir sind in Führung Synchronisieren der Spieleinstellungen Ja, mach schneller Synchronisieren mit den 1&1-Kunden Wer ist denn da jetzt bei dir? Ähm, Sandra Achso, ich dachte ja Topmodel Nein, mein Bruder hat gefragt, wer da ist Okay, keine Gefangenengenossen Was heißt denn das, was der jetzt gesagt hat? Ich weiß es nicht, das war russisch, oder? Ach, das ist glaube ich spanisch Mein David, du nervst, du tust mich die ganze Zeit wegdrücken Ja, aber Leute Oh, was ist das? Ja, was soll das sein? Das gehört uns Mensch, Angie Scheiße Oh, leck das Oh, leck das Oh, leck das Oh, leck das Genau, springen wir in die Schussbahn Dann spare ich das Hä? Angie, wir sind in Führung Angie, wir sind in Führung Ich hab gesagt, ich gebe dir Bescheid wenn ich fertig bin Die Vorräte sind unterwegs Ja, so drei Uhr ungefähr Ja, das wäre schon Ist okay, oder? Ich hab Komponition mehr, Angie Ist okay, oder? Ja, ich werde dann in der Stadt bleiben Ja, gleich Ich werde dann Ja Ja, Angie, was machst du jetzt? Nichts, oder? Doch, ich suche die Kiste Die klaust du mir aber gerade Die da? Ja Das ist BMS Das nehme ich jetzt auf Nein Das habe ich mir jetzt auch verdient Nach dem 10 Scharfen Schuss noch, glaube ich Oh, da oben ist ja einer Weißt du, was mein Problem ist, Angie? Hä? Mein Problem ist Was ist denn das? Host Migration Ja, was war denn das? Ja, Host Migration Da unten ein bisschen Der Host hat Migrationen Ja, das ist ein 1&1-Kunde, der aber Pink-Zeit hat von 5 Millionen Millisekunden Sollen sie auf mir einen Host Na, oder? Scheiße! Und ich war so gut Pech gehabt Ja, Pech gehabt Ja, Pech gehabt